. Och nee! Och man, weißt du, da habe ich es perfekt geschafft. Wirklich perfekt. Und dann so ein Shit. Oh, da kriegst du doch einen Krampf, ey. Naja, wenigstens kriegen wir ein bisschen Kohle. So ein Speicheroppa ist natürlich auch nicht da, das ist klar. Oh, eine halbe Sekunde, ey. Oh, da kriegst du... Nee, ey, darauf habe ich doch schon... Hier, das ist Super Mario Balken für Arme. Ich will nicht. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Warum muss das so gemein... ...sein? Das andere ist ja Skill. Das ist einfach nur blöd Warten und... Oh, Glück gehabt. So, ich... ... ... ... ... ... ... Ja, komm, passt schon. Ähm... ... ... ... ... Ah, ich verstehe. Komme ich hier noch irgendwo... ... ... ... ... ... ... ... Aber nur fast. Okay. Ähm... Oh, das war das. Ach, du Scheiße. Warte mal. Ah, schade, ich dachte, weil das halt so brüchig war am Boden. Mist. Okay. Okay, ähm... Ach, Scheiße. Meine Reaktion ist echt für'n Arsch. ... ... ... ... ... ... Och, ich bin irgendwie... Das ist so ein richtiger Brain-Fuck. Nicht springen, springen, springen. Nicht springen, springen, springen. Doppelsprung. Einmal springen. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Jetzt unbekannt. Okay, 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 okay. Spring. Nicht springen, springen. Ups. Eieieiei. Spring. Nicht springen. Spring. Spring, springen. Nicht springen, nicht springen, nicht springen, springen. Spring. Na, da hätte ich vielleicht einen Doppelsprung oder so machen sollen. Nicht springen. Springen. Springen, nicht springen. Ah. Oh, warum? Springen. Oh, Entschuldigung. Also, das ist echt... Ich bin in sowas entweder schlecht oder hätte es vielleicht vorher üben sollen. Aber hier wird nicht gedrickst. Nicht springen. Wieso kann ich... Wieso hast du denn jetzt nicht dreimal gesprungen, Mädchen? Nicht springen. 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 Ach. Ach. Ah. Wieso denke ich denn falsch? Ich gehe immer den Ablauf durch und dann verkacke ich den. nicht springen. Nicht springen. Springen. Zweimal springen. Einmal springen. Nicht springen. 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 Oh. Endlich geschafft. So, natürlich noch ein Herzchen. Hier sind Herzchen mehr wert als Diamanten. Na, wenigstens haben sie uns ein paar Herzen gegeben. Och ne, das ist wieder sowas. Ja, das geht noch einigermaßen, finde ich. Och ne. Das wird ja immer enger. Boah. Hier wird echt nochmal alles von einem Abfall... Diese Scheiß-Ecke. Ich kann mich an sie erinnern. Die habe ich gehasst. Wegen der hatte ich Krämpfe. Im Traume. Ich habe von dieser Kante geträumt. Geht's hier hoch? Nein, okay. Ganz ruhig. Okay. Okay, hier geht's nicht. Warum? Was war das denn? Okay. Ich mache das jetzt mal einmal ganz langsam. Ui, ui, ui. Ja. Ui, 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 ui. Sag der an Rush hier durch. Uah. Oh, übel, übel. Da wird mir voll übel und ich kotze in den Kübel. Okay, ganz ruhig. Das wird schon langsam ekliger mit dem. Was wartet denn noch auf mich? Gibt es hier wenigstens einen? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich glaube, das ist mit Überlegen ganz gut. Ich glaube, das ist mit Überlegen ganz gut. Okay, gut. Gut, ich verstehe. Ähm, okay. Hier rüber. Hier ganz entspannt fallen lassen. Okay, das bleibt also so wie es ist. Ist vielleicht nicht ganz so schlau. Aber immerhin. Mal gucken, ob ich das irgendwie resetten muss. Was war das denn? Ich resette das mal. Ich esse nochmal eine Pento-Box. Der Bürgermeister kann mich ja, aber kann mich immer gerne haben, was das angeht. So, in Ruhe fallen lassen. Okay. Jetzt ganz entspannt hier rüber gleiten. Okay, ich muss alle vernichten. Ich verstehe. Er macht aber nix. Da wollte ich zu schnell vorwärts. Leute, wenn ihr das noch zuguckt, dann seid ihr die Besten. Okay. Dann Ich hoffe, Jeder Raum ist hier echt... Zwei Herzen. Die haben mich lieb. Herzchen für Chanté. Herzchen. Oh, geil. Alter, was geht denn hier ab? Auf einmal kriege ich fünf Herzen. Ähm... Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Darauf geschissen. Okay. Reite die Kanone, Chanté. Aber werd nicht pervers. Oh, Speicher... Speicher-Opa. Speicher-Opa. Oh, ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Auch wenn du der Chanté folgst und... Oh, geil. Geilo-Meilo. So, und nochmal ein volles Herz. Ähm... Ähm... Wieso kriege ich hier so viele Herzen? Na gut. Ich hab genug von allem. Tochter der Genies. Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe ein paar Veränderungen am Palast vorgenommen. Na, nun. Da ich wieder einen Körper habe, werde ich jede Sekunde stärker. Er ist ein Monster. Bleib weg von ihm. Oh, was ist denn mit dir los? Risky, du siehst so mitgenommen aus. Sei still! Warum bist du hergekommen, Mädchen? Sicher nicht, um diese Verräterin zu retten. Willst du vielleicht in die Fußstapfen deiner Mutter treten und kämpfen? Lass Risky Boots frei, oder sonst? Sonst was? Wirst du deine halbblütige Magie auf mich loslassen? Welcher war deine Mutter? Der feuerspuckende Hitzkopf? Oder der Zwitschervogel? Ich weiß es nicht. Ich habe sie niemals gekannt. Wegen dir. Du willst dem Kapitän eine verpassen? Warum nicht? Ich könnte etwas Aufwärmung vertragen. Zeig uns etwas von deiner Zauberkunst, Genie.